Tanzen, uhu, braun tanzen. Warum bin ich hier der Einzige der tanzen? Ey, tanze auch mal. Junge, ich tanze nicht mit, weil ich keine Lust habe. Ich bin ein Sith und ein Sith, der freut sich nur über Tote. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Lego Star Wars, die komplette Saga. Ja, meine Freunde, es ist wieder ein neuer Part Star Wars mit mir, Hamatorix, alias Leo. Und neben mir ist... Mein Name müsstet ihr schon lange gern kennen bei den Star Wars Videos. Ich bin der Logan. Mein anderer Name ist der Gurg, alias Georg. Okay, läuft, gehen wir in Episode 6 rein. Ich, ich will rein in... Count Dooku, Kapitel 6. Story. Ja, das muss ich euch vorlesen. Lass gerne ab. Auf Wiedersehen. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. und er hat ihn da ist die Nähe ich bin so gut ich hatte die offene Kürze gefunden und ich habe ich habe auch selber gesagt wenn wir gehen jetzt erst mal nach hinten und gucken ob da ein Miniköte hat das Spaß gesagt ich hab's auch nicht gewusst und ich hab' mir gesagt und ich hab' mir gesagt Bombastikus und machen ach das explodiert gar nicht aber Miniköte ich bin ja der Besten auf der Besten 2 von 10 guck hier erstmal rein Spanner da ist nichts komm Logan da ist Count Dooku wer ist stark und läuft durch den Park Count Dooku richtig oh ich hab' ich super power ich bin viel schneller komm wir gehen erstmal hier und bauen uns ein Minikit so du gehst da drauf ich will dass du das Minikit nimmst und dann muss ich mit hochkommen bist du drauf 1 1 2 2 drauf gehen danke zu freundlich wie soll ich denn bitte hochkommen mit mit ich brauche ich glaube das geht nur mit Jar Jar Binks oder Jar Jar Binks Jar Jar Binks Jar Jar Binks Jar Binks Jar Binks Jar Binks Jar Binks Jar Binks ich weiß nicht ich weiß nicht ist nein jetzt das geht auch äh damit springste nicht hier die Münzen Jauesteiner für mich jetzt gibt sie mir oh guck mal ich nimm einfach das was das Geld was hier rumliegt und damit hab ich auch ein Level ab Prozent und die Raub und nicht auch gehen ich hatte die Leer an aber auch nur jetzt mit in der das wird sie nicht aber auch wenn man schärflich als dringend die Besonderheit hat sich als dringend das ist meine Freunde loge ist wieder ein richtiger komiker mit jaja es ist ja das macht sagt das macht sagt das noch mal sag mal noch was lustiges nicht nicht nur kautschuk und jaja es liegt okay das macht das er wird nicht geschehen weil dann sind er Oberner richtige Junkies nein so wenn nicht wo gemacht wir haben es geschafft Jürgen Jürgen war ich wollte sogar schnell haben an die jetzt geht es los ich bin Kaut Doku keiner kommt gegen mich an aber wir sind die ah Hilfe okay du sammelst das Geld ein und er hat ein bisschen bis jetzt lauter sprechen und drüber sprechen okay gut ähm äh ja hallo hallo ja genau ja also der Frau Doku der hat noch volle Herzen ich glaub da ist eine Katze dann gehen wir wieder nach ganz hinten und gucken ob da ein Minikit ist oder irgendwas anderes okay ich lenke guck hier kann ich überherspringen ich lenke ihn ab und und guck hast du es gesehen ja einfach eine Rückwärtsseite oben wenn ich gut ähm ich lenke ihn ab und ich komme nein ich hab das Fehler geschwerte dann muss ich aber die Münzen holen du kleiner Go ich bin jeder mit dem hierlschwert du Affe oh knappe Grünes knappe Schuss 2 Affe gezogen ähm komm mal lieber hierher hier sind noch von Münzen und wir haben nicht wahre Jedi hallo da oben ist ein äh goldener Stein äh ein goldener Stein dann los gehen wir hoch lass ihn in Ruhe und gehen wir hoch komm lass ihn in Frieden aber da kommt er nicht hoch guck mal da kann nur der kleine Anakin rein nicht du der alt der junge da hast du dein Genümmt ne 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 haue ich haue ich noch nicht wir suchen mehr für für wahre Jedi ich hab's zu gut aua lo ruf die Katze uhr böse Katze und ich lass ihn auch nicht mehr zu sein meine böse Katze hab ich ja gerade gesagt oh ich hab ihn noch besser bezogen das heißt wir werden nicht wahrer Jedi der das er aber darf man das Leben an komm wenn er wineschau hau die Schnauze die die Prozent 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 der NDR und jetzt geht aber los ich kreis dich an wir haben wir das auch jetzt einfach für mich Junge geh doch einfach weg Oh Mann was mein Meister wie gesagt und ich hab dann an der Klinik sowieso noch nach ne da kriegt er die drei Euro seine Hand oder so was Aua das hat mir wie gesagt ein linkes Auge sieht scheiße aus Alter Knacker Alter ich zeig dir wo es lang geht okay ich nehm das äh ich bin doch ich bin Joda ich bin der krasseste ich hab ihn der Krasseste er mit Joda kann voll hoch springen ich weiß er kann kann auch ein Rollstuhl sein mit weh oder drüben keine Ahnung was soll ich da besser machen ich habe nicht mehr wenn man geht und der elektro geschaut ich bin ein bisschen langsam ich kann mal warte wieso bist du so da der elektro-schock noch mal ne dann sterb ich hab hier da hast du das wenn du einfach mein Vater eingreifst ein ein wenn ich ihn gelten nachher ich habe nur so gemacht und aber mit dem noch mehr er kann ich an heute er 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 aber dann ist es mein Geld ein bevor es wäre die er sein deswegen ich war das nicht nein das war kein druck nur immer es auf armatoren schieben das ist keine kunst arbeite doch mal mit und sammeln nicht nur das geld auf wenn wir sterben okay dann haue ich ihn so ausgesehen ist dann gleich vorbei ich denke schon ich denke das müssen nein 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 ja die hier die meinten an oder sammeln wien danke dass du mein wie soll ich das machen ach so der an der kämpfe jetzt verstehe ich wie das geht der eine ist der kühle an der andere musik angreifen richtig ja 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 immer so ist ja okay gut die erholung ich bin zwar grün aber das heißt nicht mach ich du beschwerst dich über allem wenn ich mit kämpfern man wird würde ich wenn ich nicht mit kämpfern dann dann um das ist doch mal mit machen alles was ich mache und ist falsch weil es wird ein bisschen laut guck der verliebt doch immer ein hoher der verliebt doch auf ihn zu sparen stimmt ich heiße ja leo ich heiße leo amatorik alias leo leo ich bin leo du kämpf doch mit das geht nicht du stehst einfach wie soll ich denn da hinkommen wer hat denn so noch ein herz wie soll ich denn mitkommen okay okay du willst das so wenn du schwörst dann oh mein gott ja siehste du beschwerst dich über alles über alles und dann sammelt du mein Geld auf das ist ja gut aber ne ich hab keine Lust mehr ich hab ihn getrennt ich hab ihn getrennt ich hab ihn getrennt wir kommen wir kommen wir sind auf dem weg oh scheiße alles ist scheiße gelaufen Level abgeschlossen freigeschleife freigeschaltet Episode 2 gemeistert super sorry freigeschaltet und warum schreiß denn du Yoda also hier könnt ihr ausschalten weil das wird ein bisschen stressig hier war ein Jedi zu 100% nein 84 scheiße und das erste mal das wir es nicht geschafft hat und wer hat gesagt wir von ihm wird ein Sammelwort ich ich und wer ist dann deswegen gestorben 3 bis 5 mal du 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 bist dann auch gestorben ja 3 von Jaymead eigentlich werden abgeschlossen und du schreit 3 von dem weil nicht mal und Tommy beenden müssen wir noch mal und abspann ihn überspringe ich jetzt du 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 letztendlich noch eine Glutte es kommt nicht mehr von jaja ja gut ich bin ich bin der Imperator auf alleen nach und ich bin du Skola University Lukas der 8 8 8 8 Prozent und 81,5 Prozent 18,5 Prozent ist noch die Uhr da als wir zu gut dann müssen sie in den paar Senden das war's meine Freunde ich gehe zum Joggen viel Spaß auf euch ich hoffe euch hat die ähm voll gefallen und ihr schalt doch beim nächsten mit ein und auch wie wir genüssen hab doch schon zu gesagt schaumelv